Es ist ja danach zu fragen, ist man mit 41 noch in der Lage, die Qualität über zwölf Runden maximal zu zeigen, um die es eigentlich geht, die gefordert ist. Und da bin ich felsenfest von überzeugt. Ich möchte, dass Wladimir Klitschko gewinnt. Ich mag ihn. Er hat für unseren Boxsport sehr, sehr viel getan. Und er ist ein sehr, sehr guter Sportler. Und dieser Kampf ist auf Augenhöhe. Beide Olympiasieger, beide Weltklasseleute. Also ich gönne den Klitschko, dass er gewinnt. Aber der andere ist auch kein Geschenk. Klitschko hat die Voraussetzung, aufgrund seiner Qualität und guten Ausbildung was Großes zu bringen. Und ich drücke ihm wirklich den Daumen, dass er gewinnt. Aber es wird sehr schwer. Ich erwarte einen guten Kampf, aber ich erwarte, dass Wladimir gewinnt wird, weil er ein besserer Kampf ist. Und ich frage, wer wird der Sieger? Ich weiß die Antwort. Wladimir. Er hat mehr Konzentration, mehr Motivation, mehr Erfahrung. Und das wird kein einfacher Kampf. Aber ich habe mich so fokussiert, so Motiviert, mein Bruder, seit längerer Zeit nicht gesehen.